Willkommen zu meiner Welt, meine Welt auf Orde zu Letzter, der Kolosse, der Parfaiten oder Extrait. Hier ist euer Manuel Chalas-City, der Sandman, Orle 59. Ihr könnt hier Musikvideos schauen auf dem Kanal, ihr könnt hier Parfait-Präsentationsvideos wie dieses hier schauen und ihr könnt, Glauben sie, das schauen, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt. Auch Fun-Videos und Elektromagnetik-Proposchen-Videos sind zu finden. Das erste, was ich präsentiere, ist Honeywood und Montal-Berries. Ich gebe es rein bei Fragantica. Und ich finde, es ist gerade nicht. Es ist Honig drin, es ist Zimt drin, es ist Oud drin, es ist Nägelchen drin, es ist eine Pflanzengattung und es riecht sehr gut. Es ist in einem orangenen Flakon, der so ausschaut und riecht einzigartig. Es ist auch ein Duft, der zu einer Zeit gut ankommt, weil es sehr süß riecht vom Honig und der Zimt gibt einen gewissen Touch oder gewisse Fügung. Dann eines, das ich schon öfters präsentiert hatte, eine Review von Midnight Oud von Casey Perwin. Bis die nächsten Parfums eintudeln, muss ich euch die vorherigen zeigen, die ich noch in meiner Sammlung habe. Es kommt mit dem Laco und der Spray geht so. Es riecht so gut. Uuuuuh, fantastique, magnifique, fantastique, bei eint. Bonjour, magnifique, fantastique, bei eint. Ich liebe dieses Parfum. Es gibt dann ein romantisches Gefühl von einem Kindleit-Dinner, wo man mit einer Frau nicht essen geht, als Mann, und die Frauen lieben es. Muckelat Uta Muppe, Muppe Kaa. Ich suche mich, Frau Gapti Kaa. Ich habe es schon. Die Hauptdufte Kaa sind rosa, zitrisch, frischwürzig, warmwürzig, holzig, aromatisch, pudrig, blumig, pfeilchen, moschusartig. Es ist ein Parfum der Duftfamilie Ambo blumig und ist für Frauen und Männer geschaffen. Es ist seit 2019 erhältlich und die Kopfnoten sind Limette, Safran und Bergamotte. Die Herznoten sind türkische Rose, Geranie, Pfeilchen und Moschus und die Basisnoten sind Kaschmilholz, Patchouli, Sandholholz und Tonkabohne. Das ist Muckelat Uta Muppe Kaa von Rasasi. Und dann haben wir von Daniel nach Pütischleiter. Leder. Wo die Hauptdufte Kaa sind, holzig, dann aromatisch, dann frischwürzig, dann warmwürzig, dann leder, dann zitrisch, dann animalisch, dann patchouli, dann erdig. Es ist ein Lederduft. Gehört zur Duftfamilie holzig, würzig und ist für Männer geschaffen, in erster Linie vom Parfümeur. Pütischleiter ist seit 2019 erhältlich. Die Kopfnoten sind Kardamom aus Guatemala, Haselnuss, Wacholder, Bergamotte und Ciderone. Die Herznoten sind Matte, Pfeffer, Lavendel, das ist ein Foucherduft, Orangenblüte und Feilchenblatt. In Basisnoten sind Leder Espresso, Patchouli, Sandholz und Etivea. Es ist eine sehr excellente Fragrance. Und so, also goodbye, wo ich immer sage, Welcome to my world, which is actually my world, my world of the Toilette, und ich kann das einfach verfahren, und heute extrem. Euer Manche, was ihr hier seid, bin ich euch dabei. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr noch nicht habt, wenn ihr schon habt, danke für die Treue, und teilt es mit euren Freunden. Schaut Musikvideos, schaut Glaubensvideos und fragt den Heiligen Geist und Wahrheit. Und schaut paar Präsentationsvideos. Neue kommen rein, bald. Ciao. 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 Ciao.